Alles gut, alles gut. Außer Gewitter natürlich. Ja, dann trinken wir mal. Füllt sich ja auch gerade wieder auf. Okay. Schwimm ich im Berg oder was? Nein, da sind Leute. Aber wo ist unser Bruder Schlitten? Ja, da sind wir unter. Ja. Aber ich hab den Niembruch. Ich hab den Niembruch. Aber ich hab den Niembruch in der Niembruch. Das ist mein Niembruch. Ich hab den Niembruch. Ich hab den Niembruch. Hä, bin ich blöd? Da ist der Tuch. Nein. Ich hoffe wir kriegen keinen Besuch jetzt. Ich habe sie doch irgendwo gesehen. Ich habe sie gesehen. Sie war dabei. I Gabi! Genau, als was das dienen kann. Wie so ein Schuppen oder so. Wenn jemand nicht artig war, dann kommt er hier rein. Wie Michel aus Lönneberg. Ah, Regenbogen. Regenbogen. Wie alles abholzen hier. Oh Mann, oh Mann. Die arme Natur. Wie das aussieht, der Schatten da. Das ist echt lustig. Ne, klein tut's auch. Wie oft der fressen muss oder trinken oder keine Ausdauer hat. Trinken gar nicht mal so oft. Aber fressen, der hat echt Hunger immer. Von den ganzen Baumschlagen. Der Holzfäller hier, du. Okay, geben die U-Einwohner so ein bisschen Ruhe. Seit ich mal ein bisschen durchgedreht bin. Oder weil ich den geschickt ausweiche im Moment. Wahrscheinlich beides. So, wir können das Ding hier schon mal parken. Heute kann ich keinen Loks mehr sehen eigentlich. So, jetzt haben wir hier das Haus-Symbol. Das sieht man dann auch auf der Karte, falls wir irgendwann natürlich wieder auf Tour sind. Also bestimmt mal sind. Und dann hat man hier wenigstens ein Haus-Symbol und nicht tausend Sachen. Und das Flugzeug ist markiert. Die Höhlen, das ist ein bisschen, naja. Könnte ich jetzt auch ungefähr finden. Kommt man da überhaupt rein? Ja, von hier oder was? Das ist ja, habe ich das so blöd gebaut, dass man hier nicht reinkommt oder was? Na, ist die Tür echt bei den Felsen? Jo. Ah. So doof muss man auch erstmal sein. Oder so ein Timing so, das ist ja echt nur unnütz hier. Gut, außer das Symbol. Aber, guck mal. Es könnte überall die Tür sein. Und wie baut der Prophet das? Da, wo der Felsen hier ist. Ich habe das einfach nur irgendwo hingebaut. Das ist so typisch. Ich bin doch ein Meister-Architekt. Ja. Ist das eben so? Na, hier draußen hätte ich dann natürlich gerne so ein paar Dings hier. Standing Fires, ne? Genau. Na, hier draußen hätte ich noch mal gucken. 18 Vox, ah ja. Können gar nicht mehr, oder? Gehen leider nur fünf. Ich bring auch keine Sticks hier. Oh, ich merke gerade was. Wir haben Hunger. Bevor wir hier verhungern. Und noch sterben. Okay, ich bringe die Ladung mal weg. Tausend Symbole da natürlich. Ich bin sicher, ja. Fünf Steine haben wir, glaube ich. So ein paar Sticky-Stick-Sticks. Okay. Komm schon, Junge. Junge. Jetzt bin ich aber blöd gelaufen. Okay, ein bisschen riskant. Passt. Oh, der braucht uns nicht sofort anzünden, Mensch. Okay. 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 Zwei Sticks nur noch. Okay. 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 Okay.